So Freunde, da sind wir. Der Titel ist kein Joke. Ich weiß nicht, was ich sagen darf, kann oder soll. Es wird jetzt ein paar Ohnigwarben ohne Schlumbo geben. Es ist kein Streit. Es ist doch nicht so, dass er in Lebensgefahr schwebt oder sowas. Er kann nicht bei uns sein. Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass er seit, weiß ich gar nicht, vier Tagen, fünf Tagen oder so keinen einzigen Tweet mehr abgesetzt hat, was für ihn sehr ungewöhnlich ist. Ich erwarte Neuigkeiten spätestens Mitte nächster Woche und werde dann auch hier in der Honigfarbe mehr oder weniger offen über das, was passiert ist, sprechen können. Bis dahin müssen wir mit den paar Informationen leben, die wir jetzt hier alle auf dem Tisch haben. Also Schlumbo ist nicht da. Und stellt euch darauf ein, dass er nicht eine Woche oder zwei nicht da sein wird, sondern wir reden hier von Monaten, die nicht da ist. Es soll natürlich weitergehen mit der Honigfarbe. Ich meine, es ist die 264, 265. Folge sogar. Wir hatten ja einmal eine Folge, das war Folge 50,5 oder so, wie die genannt, die noch oben drauf kommt. Also 264 Folgen und in keiner einzigen hat Schlumbo gefehlt. Und jetzt wird er eine ganze Weile fehlen. Das ist die komischste Honigfarbe aller Zeiten. Gut, dann kommen wir jetzt erst mal zum Hauptthema diese Woche. Das Gespräch zwischen Musk und Trump, beziehungsweise die Reaktion eines sehr hohen EU-Beamten, weil sich eben zwei US-Amerikaner für ein Gespräch im Internet zusammengesetzt haben. Die Visage, die ihr da seht, gehört Thierry Breton. Der Typ ist übrigens Senegalese, aber dazu kommen wir später. Und er ist EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen mit der erweiterten Zuständigkeit für Verteidigung und Raumfahrt in der Kommission von der Leyen. Wir haben den Typen also Flinten-Uschi zu verdanken. Und genau dieser Typ, der hat letzte Woche einen offenen Brief an Elon Musk, den Besitzer von Twitter, geschrieben. Erstmal zum Anlass. Vorletzte Woche haben Elon Musk und Donald Trump angekündigt, am Montag diese Woche einen Livestream auf Twitter zu machen. Um mal zu reden. In drei Monaten wird der nächste US-Präsident gewählt. Also klar, da sollte es um Politik und den Zustand der Nation gehen. Die wollten ein Gespräch führen. Ich habe euch einen Thread mit Highlights aus diesen Gesprächen der Videobeschreibung verlinkt. Um das mal vorwegzunehmen. Das war jetzt nicht durchgängig uninteressant, aber da wurde quasi nichts Neues gesagt. Da war nicht mal was mit Meme-Potenzial bei. Das Gespräch ist einzig und allein wegen der Teilnehmer so halbwegs interessant. Und noch bevor es zu dem, wie gesagt, nicht so spannenden Gespräch kam, hat sich Herr Breton berufen gefühlt, einen offenen Brief an Elon Musk zu adressieren. Mit offiziellem EU-Kopf. Absoluter Wahnsinn. Der Inhalt ist an Frechheit, Unverfrorenheit und Geisteskrankheit nicht zu überbieten. Ich lese mal vor. Sehr geehrter Herr Musk, ich schreibe Ihnen im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen im Vereinigten Königreich und in Bezug auf die geplante Übertragung eines Live-Gesprächs zwischen einem US-Präsidentschaftskandidaten und Ihnen auf Ihrer Plattform X, das auch Nutzern in der EU zugänglich sein wird. Ich verstehe, dass Sie derzeit einen Stresstest der Plattform durchführen. In diesem Zusammenhang bin ich verpflichtet, Sie an die Sorgfaltspflichten zu erinnern, die im Digital Services Act, DSA, festgelegt sind, wie in meinem vorherigen Schreiben dargelegt. Als die Person, die letztlich die Kontrolle über eine Plattform mit mehr als 300 Millionen Nutzern weltweit, davon ein Drittel in der EU, ausübt und die als sehr große Online-Plattform eingestuft wurde, haben Sie die gesetzliche Verpflichtung, die Einhaltung des EU-Rechts und insbesondere des Digital Services Acts sicherzustellen. Dies bedeutet insbesondere, dass einerseits die Meinungs- und Informationsfreiheit einschließlich der Medienfreiheit und des Pluralismus wirksam geschützt werden und andererseits, dass alle verhältnismäßigen und wirksamen Maßnahmen zur Minderung der Verstärkung schädlicher Inhalte in Verbindung mit relevanten Ereignissen einschließlich Livestreaming ergriffen werden, die, wenn sie nicht angegangen werden, das Risikoprofil von X erhöhen und nachteilige Auswirkungen auf den zivilen Diskurs und die öffentliche Sicherheit haben könnten. Auf die öffentliche Sicherheit, Freunde, in der EU wohlgemerkt. Ein Livestream, in welchem Elon Musk mit Donald Trump spricht, hat möglicherweise nachteilige Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit in der EU. Ich bitte euch mal, kurz zu überlegen, ob euch irgendwie eine schlüssige Geschichte einfällt, in der hier am Ende in der EU das Chaos ausbricht, weil Trump mit Musk in dem Livestream saß. Es ist geisteskrank. Dies ist vor dem Hintergrund jüngster Beispiele öffentlicher Unruhen wichtig. Er spielt hier, wie schon eingangs, auf die Demonstrationen im Vereinigten Königreich an, die mit der EU übrigens nichts zu tun haben, aber das nur am Rande, die durch die Verstärkung von Inhalten verursacht wurden, die Hass, Unordnung, Aufschlachelung zur Gewalt oder bestimmte Formen von Desinformation fördern. Also, auch Desinformationen. In anderen Worten, du darfst nicht nur nicht lügen, du darfst nicht mal Quatsch erzählen. Also unwissentlich die Unwahrheit sagen. Wer Desinformationen verbreitet, der riskiert letztendlich, dass Migranten anschließend, weiß ich nicht, ein Dutzend Briten zusammenschlagen und dass die Briten wiederum eine Moschee erfackeln. Ich überspringe jetzt ein paar Absätze. Da die entsprechenden Inhalte für EU-Nutzer zugänglich sind und auch in unserer Gerichtsbarkeit verstärkt werden, können potenzielle Spillover-Effekte in der EU nicht ausgeschlossen werden. Daher überwachen wir die potenziellen Risiken in der EU im Zusammenhang mit der Verbreitung von Inhalten, die in Verbindung mit wichtigen politischen oder gesellschaftlichen Ereignissen auf der ganzen Welt einschließlich Debatten und Interviews im Kontext von Wahlen Gewalt, Hass und Rassismus fördern könnten. Nochmal zur Sicherheit. Der Anlass für diesen offenen Brief ist die Ankündigung eines öffentlichen Gespräches von Elon Musk und Donald Trump. Ich möchte klarstellen, dass negative Auswirkungen illegaler Inhalte auf X in der EU, die auf die Ineffektivität der Art und Weise zurückzuführen sein könnten, wie X die entsprechenden Bestimmungen des DSA anwendet, im Zusammenhang mit den laufenden Verfahren und der Gesamtbewertung der Einhaltung des EU-Rechts durch X relevant sein könnten. Dies steht im Einklang mit dem, was in der jüngeren Vergangenheit bereits getan wurde, zum Beispiel im Zusammenhang mit den Auswirkungen und der Verstärkung terroristischer Inhalte oder Inhalte, die Gewalt, Hass und Rassismus in der EU fördern, wie im Zusammenhang mit den jüngsten Unruhen im Vereinigten Königreich. Daher fordere ich sie dringend auf, umgehend die Wirksamkeit ihrer Systeme sicherzustellen und die ergriffenen Maßnahmen meinem Team zu melden. Also Musk soll jetzt Mechanismen entwickeln, die dafür sorgen, dass Hass und Hetze und dieser ganze Blödsinn auf X nicht mehr stattfindet und dann erstmal schön Meldung machen bei irgend so einem scheiß EU-Kommissar, was man da jetzt so für Schutzmechanismen implementiert hat. Meine Dienste und ich werden äußerst wachsam gegenüber jeglichen Beweisen sein, die auf Verstöße gegen den DSA hinweisen und werden nicht zögern, unser gesamtes Instrumentarium einstießig der Verhängung von Zwischenmaßnahmen einzusetzen, sollte dies zum Schutz der EU-Bürger Sollte dies zum Schutz der EU-Bürger vor ernsthaftem Schaden erforderlich sein? Mit freundlichen Grüßen, Thierry Breton Nochmal meine Frage, was genau hätten die beiden besprechen können, damit es hier irgendwo zu einer Gefahr für irgendwelche Bürger kommt? An was hat Herr Breton bitte gedacht, als er diese gequirlte Scheiße zu Papier gebracht hat? Über 21.000 Likes hat Breton für diesen Post übrigens erhalten und trotzdem wurde er hart rationiert. Eine Antwort-Wahleinmischung eines anderen Landes, also das war die Antwort, von Libsoft TikTok hat 85.000 Likes erhalten und Ayan Hersey Ali hat über 25.000 Likes für folgende Antwort erhalten. Wer bist du? Ein Flüchtling aus der gefallenen Sowjetunion? Was wirst du als nächstes tun? Die Gulags wiedereröffnen? Die Leute fragen mich, wer untergräbt unsere Demokratien? Nun, hier ist Herr Breton in seinen eigenen Worten. Musk selber hat darauf innerhalb weniger Stunden reagiert und die Reaktion war vorbildlich. Bambasse, hier ist sie. Er schrieb, um ehrlich zu sein, wollte ich darauf mit diesem Tropic-Thunder-Meme reagieren, aber ich würde niemals etwas so Unhöfliches und Unverantwortliches machen. Und dazu dann ein Meme, ich übersetze mal frei, halt einfach dein dreckiges Schandmaul. Zwei Tage später hat sich dann Flinten-Uschi zu der Causa geäußert und Herrn Breton zurückgepfiffen. Am Dienstag nun bestritt die Europäische Kommission, dass Breton die Erlaubnis der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte, den Brief zu versenden. Der Zeitpunkt und der Wort laut des Briefes wurden weder mit der Präsidentin noch mit den Kommissaren abgestimmt, hieß es. Ein EU-Beamter, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte, Thierry hat seinen eigenen Kopf und seine eigene Art zu arbeiten und zu denken. Ach so, na dann ist ja gut. Wenn das Internet es mit einem völlig wahnsinnig gewonnenen EU-Bürokraten zu tun bekommt, dann hat er halt seinen eigenen Kopf. Alles bestens, weiter geht's. Mehr macht der EU, wir müssen uns keine Sorgen machen. Drei weitere Tage später, also gestern, hat sich auch der Kongress der Vereinigten Staaten dazu geäußert und kurz gefasst, Sie sind not amused. Sehr geehrter Herr Breton, der Ausschuss für Justiz und der Sonderausschuss blablabla, im Rahmen unserer Untersuchung hat der Sonderausschuss Aussagen darüber erhalten, wie Beamte anderer Regierungen, einschließlich Ihnen und anderer Beamter der Europäischen Union, versucht haben, Reden, einschließlich politischer Reden, online zu zensieren. Angesichts ihrer jüngsten Androhung von Vergeltungsmaßnahmen gegenüber X-Corp, einem amerikanischen Unternehmen, das den politischen Diskurs in den Vereinigten Staaten ermöglicht, schreiben wir Ihnen, um zu fordern, dass Sie jegliche Versuche einstellen, Einzelpersonen oder Einrichtungen, die Sie in den Vereinigten Staaten an politischer Rede beteiligen, einzuschüchtern und dass Sie keine Maßnahmen ergreifen, die anderweitig in den demokratischen Prozess der USA eingreifen könnten. Schöne Klatsch nochmal oben drauf. Ich nehme an, dass der *** es sich zukünftig genau überlegt, ob er nochmal öffentlich den obersten Zensurminister spielen will. Hoffen wir es. Wobei, sein Mindset wird sich nicht ändern. Wir erfahren es da nun nicht mehr. Es wird weitergehen wie bisher. Alles Bestens, Freunde. Gut zum Schluss, wie angekündigt, will ich noch kurz über Bretons Nationalität sprechen. Thierry Jacques Lucien Breton ist 1955 in Paris geboren. Die Eltern heißen laut meiner Recherche Denis Breton und Simone Margaux. Sein Vater ist in Tonnerre, 200 Kilometer südöstlich von Paris geboren. Wo seine Mutter geboren ist, konnte ich nicht herausfinden, würde aber darauf wetten, dass die ebenfalls in Frankreich geboren ist. Was für ein Landsmann ist Thierry Breton? Ist jetzt nicht so spannend. Ich habe euch vorhin schon gespoilert. Er ist natürlich Senegalese. Sieht man doch. News schreibt, im Jahr 2015 verlieh der senegalesische Präsident Macky Sall dem Franzosen die senegalesische Staatsbürgerschaft. Sall selbst verzögerte Wahlen in seinem Land mehrfach und ließ Proteste gewaltsam unterbinden. Auch ließ er das Internet im Land für mehrere Tage abschalten und Abgeordnete per Polizei aus dem Parlament entfernen. Als EU-Kommissar erhält Breton monatlich ein Gehalt von 20.832,54 Euro. Der Senegal gewährt per Abkommen mit Frankreich den Doppelstaatlern diverse Steuervorteile, unter anderem auf die Einkünfte aus Immobilien und Aktien. In sozialen Medien kursiert das Gerücht, dass Breton nur etwa 5% Einkommenssteuer zahlen müsse. Es ist gewiss ein Zufall, dass der Senegal immer wieder als großer Partner Europas in Frage kommt. So vereinbarte die EU im Jahr 2021 mit dem westafrikanischen Land den Bau einer Impfstoffproduktionsanlage. Zitat Alles klar, geiler Typ. Wir brauchen mehr davon und noch viel mehr EU. Alles klar, Freunde. Dann sind wir für heute durch. Nächste Woche, selbe Stelle, geht's weiter. Die Honigfarbe soll auf ewig leben. Ich danke euch vielmals. Denkt an Schlomo und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jetzt kommen wir von 우�matik. Ok. Was ist jetzt das? Es ist mir j тест. Untertitelung des ZDF, 2020